Gestern Mittag um halb eins klingelt es an meiner Tür. Ich geh' hin und mach' auf und da steht ein Mann vor mir, der sagt, Entschuldigen Sie die Störung, guten Tag, komme von der Firma Lehmanns Geografischer Verlag. Hier ist unser Vierfarbkatalog, wählen Sie in Ruhe aus. Unser Slogan, Lehmanns Globus, gehört in jedes Haus. Wenn Sie mir gestatten, rate ich Ihnen, Modell 8 wird von innen her beleuchtet und aus Plexiglas gemacht. Maßstab 1 zu 100.000, Vierfarbdruck für jedes Land, Grenzen, Städte, Kolonien, alles auf dem neuesten Stand. Erläuterung und Legende liefern wir kostenlos mit. Lieferfrist ist 14 Tage, holen Sie Teilzahlungskredit. Dadurch muss er Luft holen und das nutze ich blitzschnell aus. Ich sag', ich brauch' keinen Globus, ich hab' schon einen Zuhause. Zwar von 1780, wie ich eingestehen muss, doch dafür ist er signiert von Dr. Serenissimus. Er zeigt die fünf Kontinente, sieben Meere und ich sag', daran hat sich nichts geändert bis auf den heutigen Tag. Denn wozu brauch' ich ihre Grenzen und wozu die Kolonien? Wenn die Mächtigen der Welt die Grenzen wöchentlich neu ziehen, ebenso ist's mit den Städten, weil mir niemand garantiert, dass nicht morgen ein verrückter ganze Städte ausradiert. Und wenn die Versuche glücken, sprengen die die ganze Welt. Geben Sie zu, dann ist sein Globus doch nur rausgeschmissenes Geld. Sehen Sie ein, das mit mir heut' kein Geschäft zu machen ist. Andererseits bin ich kein Raben, schwarzer Pessimist. Sicher wird's mal was mit Frieden, vielleicht siegt mal der Verstand. Doch bis an den Tag in sicher viele Jahre noch durchs Land. Schreiben Sie in Ihr Notizbuch für das Jahr 2003. Nicht vergessen zu besuchen, wegen Globus zu Herrn May.